Willkommen zurück zu Aqua Kitty Milkmine Defenders. Ja, ich habe gesehen, das letzte Mal ist ein bisschen ruckelig. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt gelöst habe, das Problem. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber ich denke mal, naja, wir kriegen das hin, oder? Muss ja nicht alles immer 100%ig flüssig laufen. Ist halt auch ein Spiel, das wirklich sehr viel Leistung erfordert. Pay attention! More milk fields ahead. Let's hope they never run dry. Ja, wir behaupten, dass die Milchfelder niemals sich erschöpfen. I also do weddings, sagt der Fotografen Wurm. Ah, ja. Graboid. Auf vier Bildern, okay. Oder vier Polaroids. Wie heißen die Dinger nochmal? Polaroids? R-Type. Genau, das war das andere Spiel, das ich auch noch gesucht habe. Was gibt's hier? Magmine. Kennen wir doch schon. Dodger. Kennen wir doch auch schon. Angelfishy. Kennen wir doch auch schon. Wieso kriege ich jetzt die Anime Reviews für... Ach, nee, oder? Hätte ich doch vorher schon die Geschichte verlassen können? Eigentlich nicht. Die gab's doch alle schon. Egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gegen die ran. So, jetzt mal schauen. Wir haben zwei. Ja, ja, ich seh schon. Ja, ja, bin unterwegs. Katze. Ne, doch. Na ja. Zurecht. Völlig zurecht, sagt ihm ja auch. Also jetzt ist es düster. Das ist wahrscheinlich der, der Knackpunkt an der Mappe. Das macht's richtig krass, damit es nicht mehr ganz so gut sieht. Ja, so hält zumindest. Guck mal aus, der Mondschiene. Von daher gar nicht mehr so problematisch. Alles klar. Die Schweine holt schon wieder meine Katzen ab. Nicht mit dem Katzenkommander. Katzmander. Oder? Boah. Alles klar. Ein Bömmchen. Oh nein. Oh nein. Komm, Katze. Nicht ohne meine Katze. Boah. Ich muss das mit dem Rammen sein lassen. Ich glaube, das ist, ähm, nicht so eine intelligente Idee. Okay. Ja, ja, komm mal. Boah, was ist denn jetzt los? Das ist zugeschissen mit dem Viehzeug. Ja, lässt du dir meinen Frieden? Sollte ich wirklich nur den roten Punkten orientieren und den Rest nur so auf dem Weg dahin mal alle machen. So. 5 von 5. Das war's schon. Sollte man meinen. Aber da links, sehe ich doch, kommt schon wieder ein Jelly Grab. Und will den, ähm, meine Katzen grabben. Kann er voll vergessen. So, Feierabend. Emma. Halt. 1, 2. Ja. Generspiel, oder? Ist auch auf easy. Ich geb's zu. Das hab ich gar nicht gekriegt. Lief's jetzt besser? Ich bin immer so beschäftigt. Ach, hier geht's grad weiter. Okay. Könnte besser laufen, ne? Könnte. Was ist denn jetzt los? Lenkraketenschweine. Okay. Mit den Kombinationen werden die wahrscheinlich ziemlich übel werden, oder? Und? Weicht aus, die Sau. Alles klar. Okay. Muss man richtig auf... Ach Gott, ganz dahin hab ich einen vergessen. Och nicht, doch. Ach, Mist. Ich war so beschäftigt mit so komischen Raketen hier. Ja, alles gut. Erst die Bombe und dann rein in den Feind. Das ist natürlich besonders intelligent. Weil wir doch gerade eben gesagt haben, ja. Für mich. Mieses Stück. Hau ab. Halt. Oh, shit. Ist so ungewohnt, dass sie... ...dass ich sterbe. Oh, ich kann sogar wirklich sterben. Diese Runde. Die Chancen stehen gut. Oh, oh. Hau ab. Komme. So. Jetzt sind sie da hinten. Oh, Mann. Dass sie auch noch schießen können, ist natürlich auch frech. Oh, da kommt ein super... ...irgendwas. Und das gibt's. Bombe. Ja, von mir aus. Machen wir erstmal das Zeug weg. Ja, ich denke mal, bei dem muss man einfach nur immer bleiben. Die Heide. Irgendwann trifft's schon den richtigen. So, was er? Da ist er. Der Jelly-Mann. Ich wollte hier einfach meine Mieze-Katzen abholen. Das kann ich aber nicht angehen. Ja? Will ich mal treffen? Ich hab dich genau gesehen. Oder Punkt auf Karte. Auf dem Radar. Oder er ist eher so nah, ne? Was lau' ich denn? Aber durfte schon... ...flüssiger laufen, oder? ...müsste eigentlich... ...na, nichts zu tun. Oh, leider eine... ...eine Katze verloren. Aber irgendwas ist ja immer... ...bisschen schon... Ich würde sagen, die rotze jetzt einfach mal weg. Während ich noch... ...material habe. Ah, so wollte sie angriffen werden. Wenn die aggressiv. Und geh direkt auf mich los. So. Weg. Ich hab' den Auftrag. Na. Das ist genau gesehen, dass ich da gerade aufführe. Taucht es auch für nichts. Und das finde ich aber auch ein bisschen frech. Muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Einfach aus dem Nichts auftauchen, das muss doch nicht sein. So, wir warten mal ab. Und. Ja, sie regeneriert tatsächlich. Die Energie. Lass meine... Lass meine Kätzchen in Frieden. Wieso bin ich da jetzt reingeflogen? Weiß ich nicht. Dummheit. Halt! Oh nein. Ach. Stirb. Ja, sauber. Stört alle, ihr quiekenen Ratten. Das ist ja super, dass man die nochmal wiederholen kann mit dem... ...mit dem Dreifachschuss, oder? Das finde ich super. Das wurde... ...wurde aber echt knapp gerade. Oh Mann. Ja, bin auf dem Weg. Kommen wir gleich. So. Ja. Eine Sekunde. Habs gleich. So ist das Schiff. Ey, es wird echt... Aber mir ist so klar, dass es irgendwann richtig schön stressig wird mit den... ...mit der Geschichte hier. Dann ist es mir vorbei mit... Oh, hier kommt ein Jelly Grab. Und hier einer. Und hier hast du noch einen, der auf dich schießt? Ne, ne. Das ist mir schon klar. Das ist richtig ausartet. Zwei haben wir noch. Zwei Enemies. Ein Enemy noch. Platz zu Stück. Hervorragend. Aber die eine Stelle war echt knapp. Wo er schon abgeholt wurde. Zum Glück hatte ich einen Dreifachschuss. Okay. 15 von... Was kommt da hinten noch? Äh, 6, 7, 8... ...19, 11. Aha. Mal gespannt. Am besten schön alles... Ach, die hasse ich halt, ne. Vielleicht direkt wegrotzen das... ...die Zeug. Moment. Toll. Ganz weit auseinander. Vielleicht... Vielleicht sollte ich hier mit dem... ...Rechts rein, links rausarbeiten. Schlecht. Im Prinzip, weil man ja auf der einen Seite die Karte verlassen kann. Oder... ...das Becken verlassen. Was ist hier los? Ich sehe es genau. Oh, ne. Die Krabbenviecher kommen. Lasst meine Katzen reden. Das glaubt ihr nicht, wer ihr seid. Ja. Ich bin da. Okay. Warte. Sieht, äh... ...verschreckend aus. Aber ganz nur so schlecht. So. Feierabend. Und das ist... Ah. Vorne hinten Schuss. Ja. Vorne hinten haben wir gesehen... ...bringt dann schon ein bisschen mehr. Nein. Na ja. Komme. Moment. Das war wirklich wie Katzen. Also richtig gute Katzensimulation, muss ich sagen. Mit diesem... ...dass mich. ...dass mich runter. Ich bin am Baum geklettert. Bla. Immer das gleiche. Jetzt bin ich rein. Jetzt bin ich raus. Und so weiter. Zwei haben wir noch. Dann ist Feierabend. Was ist denn mit dir los? Stimmt mit dir nicht. Kinderspiel. So. Ja. Die stören mich so ein bisschen. Diese komischen... Wir wollen es auch mindestens auf, ähm... ... ihren Perfektionen durchspielen, oder? Egal. Level 16. Es wird immer krasser. Jetzt sind wir die gepanzerten Nautilens. Oder Nautilens. Nautili. Okay. Sind ein bisschen mies angebracht, aber der Rechts ist ein bisschen weiter weg. Alles klar. Wow. So. Feierabend. Lebensenergie kann ich ihn noch nicht brauchen. Ich schätze mal der... Der Trick ist wirklich... ... das ist ein bisschen auf die... ... die Punkte anzuschießen. Auf die roten Punkte auf der Karte. Dass man immer sofort reagieren kann. Ich glaube, die haben ganz schön ein, die Schüsschen. Das können sie mit ihren... ...Klaminen. Ich hab's genau gesehen. Ja, wer da? Wer noch? So. Macht dir schon Spaß? Bisschen sattere... Oh, sattere Sounds. Wird auch nett gewesen, aber... ... muss ja nicht. Muss ja nicht mal richtig krass sein vom Sound. Aber wir haben es hier mit einem Mieze-Katzen-Schließe schon, oder? Müssen wir nicht diskutieren. Bombe. Boah, was ist jetzt los? Oh Mann. Okay. Ja, ne, ist okay. Aber sonst geht's echt gut. Das ist doch die Hauptsache, oder? Verrückte Fische. Der Wunder-Essen-Katzen ist immer so gerne Fisch. Schweine-Bürnoch gegessen. So. Stinkende Nichtsäuger. Und... So, weg. Eins haben wir noch. Und dann... ... auch diesen. Mit Bravour... ... verstanden, muss ich diesmal aber echt sagen. Weil das war ziemlich krass, oder? Diese... ... Horde von... ... Alles Mögliche. Das war schon nicht, äh... ... nicht ganz ohne. Rot heißt Lebensenergie. Halt, was mach' ich denn da? Bleibt die Lebensenergie da stehen. Können wir mal testen. Oder steigt das auf und ist dann weg? Kann das sein? Das ist jetzt schon wieder. Da hinten. Und wie dumm. Ich hab' es leider aufgesammelt, dass wir... ... die Gute Katze. Oh ne, links. War das richtig? Halt. Stopp. Jetzt schieße ich. So, ich mach's mehr Spaß über die Einzelnen erwischt, oder? Und wenn jeder Schuss sitzt. Ja bitte. An links an rechts. Boah, haben sie gerade alle? Was ist jetzt los? Jetzt gibt's auch die Nuss. Wo sind die hier? Ach, die Spannung eingeholt? Nein! Verdammt. Komm' mal. Hab' gerade ein bisschen was am Hacken. Boah, was ist denn hier los, ey? Jetzt wollen sie es echt wissen. Die Lebensenergie ist noch da. Warum? Wir sind nämlich den auf. Dummkopf. Das ist ja nicht so dumm. Ja, ja. Was ist das? Ach, schau mal noch hinten. Ich hab's nicht verhaftet. Eins wurde abgeholt und ich hab's nicht gemerkt. Ganz schön dumm. So, jetzt auch noch mit Unterstützung. Lass das sein. So. Einer lebt noch. Oh Mann, 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 Mann. Ich will sie auch nachts haben. Die armen Katzen. Die Hammer. Ratte. Schwimmende Ratte. Ist das Endgegner? Oder wie? Nummer 18. Oh, oh. Mhm. Direkt mal gut vorbereiten. Blau? Blau ist gut, ja. Ach, jetzt wird sie auch schon dick. Boah. Direkt einen, 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 gelangt bekommen. Eine Schuße. Ne, bin da reingeflogen. Noch schlimmer. So. Lass uns nicht reden. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Einfach zu sagen, alles ist rot, es wird angegangen. Aber das sind auch so viele andere Punkte. Ach Gottchen. Ist ein Hüller was? Kannst du mal sterben? Halt. Sie ist genau. Ja. Ratatat. Ah. 3. Komm, Moment. Wo ist er? Da ist er. Ausweichen. Na, weg mit uns. Ähm, mit der Beschützung. Tötet sich's doch noch besser. Oh. Da. Moment mal. Das kam jetzt aber links aus dem Ohr. Warum? Wow. Was ist jetzt? Oh, okay. Umrecht laut. Jetzt. Obacht. Mittig. Aufpassen. Aufpassen. What? Nein. Oh no. Fish that kitty back onto the ship and let's try again. Okay. Okay. Wenigstens ist nicht allzu viel passiert. Das ist ja gemein, muss ich sagen. Okay. Das ist ja gemein, muss ich sagen. Na. Na. Ich brauche mal eine gescheite Waffe. Und was ihr habt, ist ja der totale Stuhl. Komm. Moment. Hier ist grad ein bisschen viel Verkehr. Aber das kriegen wir alles gebacken. Kein Thema. Kappe. Ich seh schon, dass die da rechts wieder... Na. Reingeflogen. Reingefallen. Hohe. Hab dich. Jetzt kommt sie wieder links angeschissen. Also. Bam. Naja. War schon richtig. Okay. Okay. Boah. Die... Man muss halt auch mal ein bisschen tief fliegen. Äh, schwimmen. Farm. Weil... Die sind ganz böse. Ja, bitte. Boah. Das wollen sie aber wissen. Einfach schießt Trump immer zum richtigen. Als drauf. Als drauf. Die Mitte ist in Gefahr schnell. Boah. Ob man unverwundbar ist. Für den Moment. Lebensenergie. Boah. Mein Retter in der Not. Ich glaube, ich lasse einfach den Feuerknopf gedrückt, oder? Druck auf der Fuhrknopf, wie es früher immer hieß. Wer das noch kennt. Verdammt. Bommel. Bombe. Mew. Weg mit dir. Zack. Ja, das machen wir noch am meisten Laune. Einfach ein Schüsschen. Und... Zwei, drei. Zwei. Oh, aufpassen. Obacht. Nicht mehr getroffen werden. Nicht mehr getroffen werden. Nicht mehr getroffen werden. Sehr schön. Boah. Das war echt knapp. Leck mich am Kittel. Repairwork is so tiring. Turbo Energy upgraded. New Water unlocked. Ja, ich glaube, ich muss das auch öfter mal einsetzen. Alle drei gerettet. Und das ist doch die Hauptsache, oder? Hm. Jetzt würde ich gerne... Ich möchte... Die Perfektion. Haben wir jetzt... Ah. Wir können zurückgehen. Können wir dem krasseren Schiff wüten. Ja, bitte. Ja. Beide wollen zu dem... Ich zeichne Seite ja von mir aus. So. Jetzt haben wir noch eine schicke Knarre. Grün. Blau. Mit Unterstützung. Das dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein, oder? Ich meine, was wir schon alles erlebt haben. Gerade jetzt. Die letzten Minuten. Da kann uns das ja nicht wirklich schocken. So ein paar dickere Fischchen. So. Was haben wir hier? Neue Waffen. Ja, ja. Ich zeige es genau. Das war dumm. Zwei Enemies noch. Und acht Wellen. Hier, lass sie mal stehen. Ich hoffe, dass da... Oder kommt die vielleicht zeitlich immer nach? Das möchte ich ja mal jetzt testen. Das sehe ich genau. Zack. So. Kommt jetzt eine neue Welle oder nicht? Jetzt kommt mal neue von denen. Aber das sind keine Wellen. Ja, jetzt weiß ich ja nicht, was genau hat es jetzt... ähm... provoziert. Weil ich die Gegner alle gemacht habe? Oder einfach nur auf Zeit? Oder weil ich die... roten weggemacht habe? Rote alle machen immer gut. Immer richtig. Sauber. Die Beschüsschen. Mitte. Ja, ja. Ich komme. Hervorragend. Wäre natürlich schön. Oh Mann. Jetzt fliegen wir einfach mal durch. Der komplette Vernichtungszug hier. Zack. Alles klar. Ja, ich sehe dich genau. Aber ich komme dir entgegen, Minion. Tja, was hast du davon? Ja, die sind aber schon besser aufgepasst, oder? Ich finde auch. So, nächsten. Auf Gold, bitte. Genau, da waren wir so beschäftigt mit deren dümmlichen Schüsschen. Halt, äh, die Richtung. Boah. Ja. Wenn ihr nichts rumlungert, kann ich es auch mal mit einem normalen Schüsschen machen. Oh, was ist jetzt los? Autsch. Mau. Genau. Oh, das hat die Rakete noch mitgenommen, weil sie so schön geleuchtet hat, oder wie? So, jetzt gab es mir die Vernetzung. Das sind hier ganz große Schwäche. Hier bitte. So, Feierabend. Na, wir will noch mal aufs Maul. Ich frag mich, ob die einfach immer nachher Zeit auftauchen, diese... Autsch. Zwei Herzen hier noch auffassen. Diese roten Jelly Grabs. Oder wie sich das damit genau verhält. Hier muss ich aber, geht das nicht gut? Ja, komm wir. Fahr mal einfach mal rechts raus und komm... Nee, links raus und komm, rechts wieder rein. Ja, das sieht gut aus. Wir haben die Energie. Halt. Ah, ja. Finger weg. Oder Tentakel weg, oder was auch immer. Alles klar. Ähm, ja. Ja. Den Ver... Was mache ich denn da? Das könnte übel werden hier, ne? Auf 100%. Beziehungsweise... Ja, doch auf 100%. Da waren jetzt eine größere Ansammlungen von den Ratten, von den Schwimmenden dabei. So, Finger weg von meinen Katzen. Dumm. Ganz schön dumm. Das sehe ich genau. Oh, nee, da kommt die nächste. Vielleicht die nächste. Liebesergie. So, was bist du? Unterstützung. Jawohl. Komm mal. Katzen weg, nach der Bahn. Katzen brauchen meine Hilfe. Ja, ja, genau. Wow. Vielleicht nicht ganz so aggressiv. Nicht so aggressiv. Mit Gefühl. Oh Mann. Jetzt geht's rund. Schauen Sie es hier wissen. Schnell auf die andere Seite. Könnt... Ja, das muss auch mal auf die andere Seite angehen. Aber ist egal. Bonde und... Ruhe im Puff. So ist fein. Alles klar. Ja. Oh nein. Noch haben wir den Schuss, der nach oben schießt. Nächste Puche. Was ist das? Ach so. Nach hinten schießen. Du kommst mir nicht ent... Äh. Na? Die sind echt gemein. Die sind mit ihren dümmlichen Lenkraketen. Aber zum... Naja. Zum Glück aber... Machen die keine komplette Umdrehung. Sondern sie können einfach nur in die eine Richtung. Wenn man drunter fährt... Dann war es das. Alles klärchen. Hm. Der Curdling Gulf. Ich würde sagen, das heben wir uns für das nächste Mal auf. Das war schon spannend genug. Jetzt haben wir die ganzen... Äh. Ja. Silbernen und Moldy Depths. Die... Ein bisschen... Was ist denn Moldy? Wo ist denn der Katzenwitz? Aber Creamy Cove? Buttermilk? Moldy? Moldy? Hm. Ja, Schimmel. Oder in Moldy wäre das... Was ist denn Mold? Moldy wäre doch schimmelig. Egal. Tiefen. Äh. Ziemlich dunkel. Aber die Curdling Gulf-Geschichte machen wir beim nächsten Mal. Wenn es ihn heißt... Aqua Kitty. Äh. And the Milk. Mein Defenders. Ich danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheers.